Wir sind wieder zurück bei, äh, wie heißt das Spiel nochmal? Last Year Nightmare? Ne, da heißt Nightmare hier. Ach, keine Ahnung. Last Year the Nightmare. Bei diesem komischen Spiel, das nur bei Discord veröffentlicht wird. I will fight you. I will fight you. So, neue Runde, neues Glück, oder was? Ich mach nicht Killer diesmal, weil ich fand Killer nicht so geil, muss ich jetzt sagen. Tobi, du bist ein geiler Typ. Ja, ich auch nicht. Ich glaub, der ist geiler, wenn man mit dem übt hat, irgendwie ein bisschen alles weiß und die Maps vielleicht auch kennt und so. Tobi, Curry, ne? Tobi, Teamplay steht dir eh viel besser, weißt du. Cool. Bunker Curry. Okay. Okay, ja. Aber, schön gemacht auch, dass wir jetzt sehen, oder was, ne? Vor allem, alles geil gezeichnet und dann so ein Strichmännchen, weißt du. Ja, vor allem die Haare von ihm sind aber so Steinhaare, das ist immer so. Ich glaub, ich nehm nochmal hier. Ich mach das nochmal. War irgendwie ganz cool. Ne, ich glaub, ich geh jetzt sold. Ne, was bin ich jetzt? Der Flash-Typ. Wärst du ein Killer? Weiß ich nicht. Curry. Guten Hunger, Tobi. Könnt ihr? No. Haha, da geht immer in Schacht rein, Tobi. Da bummen sich die von hinten und vorne. Was? Was? Let's go. Was denn? Was, Erik? Ich rieche dich. Ne, ich bin doch gar nicht da, tatsächlich. Wo müssen wir hin? Ich hab mir gerade kurz noch die Nase gepuszt. Jetzt rieche ich dich aber. Ey, Wusa ist schon wieder am Abgehen gerade. Okay, Erik, du bist da alleine da unten, ne? Nicht mehr lange. Ja, der Wusa, der Wusa sucht sich am Anfang immer erstmal Sachen zurecht. Der sucht sich die ganze Zeit Scraps und macht sich erstmal seine Waffen und alles. Ja, das will ich gerade auch mal. Meine Taktik hat keiner gelobt, ey. Moin. Scheiße. Pan, der lift hier? Wann der lift hier? Wir müssen uns aufteilen. Kann ich das hier aufhören? Nein, kann ich nicht. Okay, Curry hat hier schon Traps gelegt. Wer ist denn Killer? Curry? Alter, ja, ja, ja. Warte mal, Pan. Komm mal kurz zurück. Man sieht es auch kaum. Warte mal, wer ist Killer? Ja, Curry. Oh, da, äh. Warte mal. Nein, Hilfe, warte mal, der Curry hat gesagt, ich soll zurück. Ah! Warte mal. Man kann sagen, ich höre nicht auf den. What? Du Arschloch. Wie, du hörst nicht auf den? Bist du jetzt erst auf zurückgelaufen, Pan? Ich, ich hab gefragt, ich, ich hab gesagt, der Curry ist Killer, der Curry meinte, komm mal zurück. Dann, dann wollte ich schnell weg da. Dann hat er mich einfach geholt, ey, durch das Gitter. Oh, ich ist erschrocken. Entschuldigung. Ich glaube, der Curry lebt dafür. Nein, Entschuldigung. War überhaupt nicht böse gemeint. Curry, du darfst gar nicht mehr hier bei uns schlafen jetzt. Was? Fuck. Das willst du ehrlich sagen? Oh, Mann, ey. Oh, Mann, jo. Nein, der Kevin darf jetzt nicht mehr hier schlafen. Ah, Curry. Erik. Okay, ich bin tot. Nein, oh Gott, ist da, ist da. Nein, nein, bitte töte mich nicht, bitte töte mich nicht. Hä? Alter, Alter, druff da, druff da, druff da. E, einmal E, bitte, danke. Der Tobi, oh, hier, hier. Ah, wer haben wir noch nicht. Einmal E, bitte, einmal E, hallo, hallo, was macht ihr da hinten? Ich kann nix machen. Ich kann nix machen. Ich kann nix machen. Ich kann nix machen. Gott, ihr könnt doch mit E, könnt ihr mich doch mit rein. Ach so. Echt? Echt? Ja, Tobi. Oh. Oh. Tobi. Ja. Oh, tschau. Tschüss. Dankeschön. Komm her, du. Ah, fuck, ich war grad fast um die Ecke, Curry. Du dreckiger. Lass das, lass das. Dankeschön. Ich hab ne Brille. Alter, was machst du mit Pillenträgern? Du bist so ein Schwein, Curry. Du bist so ein Schwein. Ein Schwein bist du, Curry. So. Du bist Werwolf. Da, 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 da. Seh ich nicht. Ja. Hier liege ich neben Tobi. Wir nehmen uns mal ne Auszeit. Oh, okay. Scheiße. Ja, das war nicht so gut. Das Ding ist aber halt auch... Dieser Ruser macht halt komplett sein eigenes Ding, ne? Ja, das ist nicht so geil eigentlich. Oh. Ups. Hä? Jetzt hab ich doch mal angehuckt, hier! Du Arschloch! Boah! Ich hab der Curry da gemacht, ey! Ich erschrick mich jedes Mal aufholen! Oh mein Curry! Oh mein Curry! Was geht ab, Alter? Oh nein, Curry, Curry weiß jetzt. Curry weiß was immer. Holy Shit! Ja, Curry kennt sie jetzt ein bisschen aus. Vorsicht! Jetzt, jetzt geht es ab. Ach man, das ist... Er spielt natürlich mit den Fett-Tüken. Er kennt das ein bisschen immer. Lammwerfer. Ich bumse drauf in der Ecke! Boah! Okay, Entschuldigung. Was ist das denn da? Oh, oh, oh! Oh nice! Ich glaub der will mich grade vorschicken, hab ich das Gefühl. Alter, Curry! Passt an den Schächten auf, ne? Alter, Curry, ernsthaft! Weg von den Schächten! Weg von den Schächten! Bloß nicht da raus, ey! Alter, was macht Curry da? Du kannst nicht so viele Pfeilen legen, dann verschwinden deine Alten wieder! Oh, ist das nervig! Oh, ciao Curry! Oh, Alter! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Der hat mich auch geopfert. Scheiße! Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Scheiß Flamme. Oh nice, danke. Alles klar. Ah, verstehe. Fuck. Ich glaub der Lift ist, äh, wir müssen jetzt da hoch, glaub ich. Scheiße! Boah, was? Jaja, das ist der Curry, das macht der Curry an. Der legt auch nicht eine Falle, sondern 30. Was denn? Kannst du dich noch an den Regenbogen erinnern? Den Regenbogen? Kennst du den noch? Boah, Alter, ich seh gar nichts. Sehr gut. Ey, wo müssen wir durch? Hier. Ah, hier, hier. Aber nur noch, äh, 40 Sekunden, ne? Boah, Alter. Wohin, wohin, wohin? Hä, you're lost? Wo muss ich hin? Dahin, dahin, okay. Auf den Lift rauf. Ja, ja geil, ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Hä, wo bin ich hier? Nein, komm her. Wohin, wohin? Ich weiß es nicht, die haben einfach den Lift aktiviert. Also hier rüber. Oh, oder müssten wir hier runden? Bin ich jetzt grad echt so doof gelaufen? Ja, ich wollte nach oben. Oh Gott, nein. Ah, fuck, ich schaff's nicht. Nee, wir schaffen's nicht. Das ist einfach unschaffbar. Der fucking Typ hat einfach den Lift aktiviert, ohne auf Leute zu warten. Der Taxi war das, glaube ich. Boah, richtig kacke einfach. Taxi, du fucking Typ! Nein. Nee, das Ding, der Lift löst das nicht aus, den Timer. Nee, nee, da oben, dieser Vent löst das aus. Ja, Tobi war das, Tobi Arschloch. Tobi, warst du das? Nee. Ja, für mich ist der Tobi jetzt tot. Für mich ist der Tobi jetzt tot. Halt, ich bin ohne... Ihr seid vorhin ohne mich abgehauen, und ihr habt mir nicht mal geholfen, als ich in den Fängen vom Killer war. Also komm, das hab ich gesehen. Aber Tobi hat mir auch per Team-Nachricht geschrieben, dass er mit mir alleine sein will. Hä, was? Der wollte gar nicht gerettet werden, der tut jetzt nur grad so... Nee, ich bin... Ich hab vergessen, durchzulaufen. Ich hab... Ich hab geguckt, ob ich euch noch helfen kann. Aber da hab ich vergessen, durchzugehen. Oh nein, Alter, wenn der... Tobias kühlt Jugendliche. Wenn der Wooser Killer ist... Wenn der Wooser Killer ist, dann sind wir richtig am Arsch. Dann ist es vorbei. Der macht halt komplett sein eigenes Ding. Dann geht die Runde halt fünf Minuten, dann ist ja... Äh, aber wenn wir als Team arbeiten, wir bauen auf jeden Fall wieder zwei Prügler, dann nehmen wir einen Heiler da mit. Ja, jetzt ist die Frage, soll ich wieder so ein Mechaniker-Dinger sein? Irgendwie, ich fand, ich war besser als Prüglerin. Ja, ich find die Mechaniker-Dinger auch nicht so geil. Nee, ich... Guck mal, als ich Killer war, hat sich jemand einen Flammenwerfer gebaut. Ich hatte richtig Probleme als Killer. Oh nein. Okay. Sweet. Hm, aha, aha. Guck mal, das Geld unten rechts. Taschenrechner. Zigarre. Nee, Kackwurst. Keine Ahnung. Wilhelm H. William A. H. Bellmann, ey. So, wen nehm ich jetzt? Also, ich will trotzdem mal Technik... Ich nehm Technik. Ich hab Medic. Ich hab Medic. Haben wir zwei Assaults? Ja, ich find Assaults auch. Okay. Ja, nice. Perfekt. Okay. Pan hat wieder so ein Crafter-Ding. Ja, und ich brauch 25 Dinger da unbedingt. Dann let's go, Alter. Kann das sein, dass wir die Map noch nicht gespielt haben? Ja, die soll ja. Doch, doch, doch. Die haben wir schon gespielt. Mit den Gears. Die haben wir schon gespielt. Ja, okay, okay. Mit dem Tower. Okay, Leute, auf geht's. Die haben wir aber gewonnen, ne? Wer ist es denn? Und der Wooser ist wirklich Killer. Okay, Leute, jetzt geht's um. Oh nein, ist tot. Oh mein Gott. Okay, lasst. Wir müssen auf jeden Fall zusammenbleiben. Oh, hier ist die Blau Torch. Wo ist die Blau Torch? Ach, da oben. Das Problem ist, wenn wir zusammenbleiben klauen, wir uns gegenseitig auch den Müll am Anfang. Ja, aber es geht ja nicht nur mit Müll. Also Müll ist halt nicht schlecht. Ich weiß, was du meinst, Pan. Aber sonst bin ich eigentlich recht sinnlos. Ich hab die Blau Torch schon, ne? Er ist hier in der Nähe. Er ist in der Nähe. Er ist unterwegs. Der Müll sollte auf jeden Fall die Pan bekommen. Auf jeden Fall. Er ist hier. Ich sag's nur. Er ist bei uns. Ja, wir sind da, wir sind da, wir sind da, wir sind da. Also er beobachtet auf jeden Fall. Das sehe ich mal an dem Ausschlag. Kann er machen, kann er machen. Auf deinem Gerät siehst du das? Auf einem unglaublich ausschlagsfähigen Gerät. Irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, an dem der Gerät den Menschen, äh, der Döner war nicht. Ja, klar. Okay, aber gut, Tobi, dass du direkt bei Pan geblieben bist als Schläger. Das ist gut. Ja, ja, ja. Ich hab Pan genau im Auge. Das klingt jetzt ein bisschen zu aggressiv vielleicht. Vorsicht, da ist so ein Gitter. Hier Pan, Pan, hier ist Müll. Pan. Ich hab Tobi lieb. Hier oben ist auch noch mal Müll. Hier ist noch mehr Müll, Pan in der Ecke hier. Da oben kann er durchbrechen. Hier. Da sehen wir. Ich hab jetzt 10. Ich brauch noch 15 leider. Hier oben in der Ecke? Hier oben ist auch noch 3. Hier oben. Laut uns holen. Laut uns holen, ne? Wir müssen noch weiter machen. Ja, wir müssen noch eine holen. Warte, 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 warte. Okay, gehen wir wieder zurück. Wir folgen Taxi. Ein Schloss ist schon offen auf jeden Fall. Oh, hier wurden Fallen platziert. Ich hab eine Falle gehört, ja. Okay, dann ist er hier. Kann ich eben was probieren? Kann ich eben was probieren? Vorsicht, Alter. Du läufst selber mit Vorgerade. Okay, ähm. Okay, komm, wir schaffen das. Wenn wir gegen Wooser gewinnen, ne? Das wäre echt gut. Hier ist noch Müll. Ja, Pan, hier ist Müll. Ja. Das klingt ewig komisch. Was für ne Ansage. Was für ne Ansage. Dreimal Müll. Dreimal Müll für Pan. Vielleicht haben da auch nur die Kinder gespielt. Vielleicht ist das grad sein erstes Mal. Wer weiß. So, ich habe jetzt 19. Oh, warte, 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 warte. Ich brauche nur ein. Ich brauche nur ein. Ist noch ein Müll irgendwo? Achso, schon. Ne, hier gar nicht. Hier, 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 hier. Warte, 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 warte. Nice, kannst du den Flammenwerfer machen jetzt? Ja. Ja, nice, Alter. Perfekt. Er ist hier, er ist hier, er ist hier, er ist hier. Okay, zusammenbleiben. Taxi, Vorsicht. Taxi, Vorsicht. Voll geil, wie den Flammenwerfer gerade ausgekackt hast, Pan. Der hält sich gerade zurück, ich weiß nicht warum. Okay, ich mache mir eine Flashlight, da kann ich glaube ich mit den anleuchten auch. Bau dir mal eine Flashlight, Curry. Ja, ich kack die jetzt aus, Tobi, guck mal da. Fisch auf meinen Arsch. Das ist alles ganz, ähm. Oh, ich hör was. Oh, das Tor geht auf. Äh, warum geht das Tor auf? Ah ne, das war er, glaube ich, oder? Das war der Killer, glaube ich. Ja, er war's, die Drecksau. Ja, aber das ist nichts Gutes, oder? Also, ich würde jetzt nicht reinlaufen. Ja, aber jetzt Müll. Jetzt Müll. Ja, aber ich meine, wenn das Tor aufgeht, ist das eine gute Idee, da reinzugehen? Ja, er ist aber nicht gefroren. Er ist auf jeden Fall hier, ich sehe den Ausschlag. Ja, warte. Ach stimmt, du kannst es ja sagen. Tor geht zu, 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 Tor geht zu. Er ist da, er ist da. Oh Gott, oh Gott. Pan, du musst da raus, Pan, du musst da raus. Alter, Pan. Oh Scheiße, es gibt wenig, was wir tun können. Es gibt wenig, was wir tun können. Das war doof, das war doof. Aber er ist auf der Hälfte runter, er ist auf der Hälfte runter. Und ich habe eine Falle. Ja, wir können das Tor halt nicht aufmachen. Ja. Okay, warte, nicht Panik bekommen, wir müssen zusammen bleiben, Leute. Nein, nein, Curry, 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 komm rum. Nein, nein, wir müssen jetzt, er macht das Ding wieder auf. Wir können runtergehen. Generell, wenn ein Killer einen Raum aufmacht, ist es eine schlechte Idee anzugehen. Das ist so ein typischer Teenager-Film gerade. Ich hätte mit rausgehen sollen, das war ein Fehler. Ich wusste nicht, dass das Tor dann auch wieder, also das ist er nur das Tor irgendwie anzugehen. Er ist hier, er hat Fallen gelegt hier. Ich habe es gehört gerade, oder? Oh, oh. Ja, er legt hier Fallen. Warte, 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 zusammenbleiben es auch. Oh! Oh, ich habe einen 1-2-1. Oh, ich habe einen 1-2-1. Ach, Scheiße. Hä? Komm, haut denn keiner. Hallo? Hä? Ich kann da nichts machen. Derjenige, der haut, der muss halt auf den Killer sofort. Vorsicht, erholt dich, erholt dich, erholt dich. Nein! Hau drauf, haut drauf, haut drauf, haut drauf, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nein, einmal noch. Nein! Ich sollte abhauen. Er hat noch einen Schlag gebraucht, man. Okay, du bist selbstseerig. Nein, ich bin auch tot. Ich bin auch gleich tot. Ich bin auch gleich tot. Von uns sind wir hier in der Nähe. Schade, ey. Hast du? Er ist hier, er ist hier. Oh nein. Nee? Du kannst ihn auch noch blenden dann schnell, ne? Ja, ja, aber ob ich das hinkriege? Ja, das ändert aber nichts. Ich weiß natürlich genau, wo ich hingehe. Ich weiß natürlich genau, was ich vorhabe. Die Bova hatten nicht gerade alle. Komm, Erik, du bist richtig statfer. Ah, das ist aber der Raum, ne? Ja, egal. Da komme ich gar nicht rein. Oh Mann, ey, wenn ihr die Mips nicht kennt, ist das echt scheiße. Oh, er ist hinter dir. Hinter dir. Da ist er ja. Wie er schreit. Als hätte es ihm gefallen. Ja, ist echt so. Oh, danke. Oh, warte, warte, der ist hier bei dir wieder. Ja, ja, ah. Kannst du hier rein? Ich geh wieder zurück, weil ich warte, bis das Ding wieder auflädt, der Tracker. Ja. Anders geht's auch gar nicht. Oh nein. Der rollt dir gerade den Teppich aus, Erik. Siehst du das? Hm? Der rollt dir gerade den roten Teppich aus. Der kann dir doch gar nicht so, der kann dir doch gar nicht so nah. Fuck. Ah, schade. Lauf, 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 lauf. Nice. Despawned. Was ist ein Arschloch. Oh. Oh nurl. Nice. Oho. Oh, nein, nein. Boah, alter. Nice, nice! Das sieht gut aus im Auf dramatischen. Oh Gott. Nein, nein, nein. Oh nein, oh nein. Ohezelijk, oh nein, ich bin 13. Nein! Alter! Das war nicht schlecht, ey. Das war echt nice. Hat Spaß gemacht. Das ist lustig. Du seid einfach richtiger Schwitzer, ey. Ja. Oh, Mann. Holy moly. Keiner von uns gibt es Killer. Ich will, dass du nochmal Killer ist und dann will ich, dass wir den fertig machen. Alter. Ich hätte... Über euch ärgern bist du, dass ich... Der ist echt zu gut einfach. Dann hast du den Killer bei Merik nicht gesehen, ey. Warte mal. Ja, der Raum war eine Trap. Ja. Aber wie gesagt, wir kennen die Maps doch gar nicht, ey. Ja, wenn man das weiß. Aber, dass ich den Killer bei Merik nicht gesehen hätte, das stört... Boah, das ist... Ich glaube, das hat er auch nicht viel gemacht. Hat er nicht mehr gelesen, ne? Ja, geil, dank das Spiel. Arschloch. Ist der rausgegangen? Nee, ne? Nee, nee, aber ich bin in der Lobby jetzt wieder. Der bleibt schön hier drin! Komm, ey, Killer weg! Ach so. Okay. Komm, wir müssen das schaffen. Wir müssen alle Worte Killer machen, damit er nicht Killer ist. Wir müssen unbedingt dran denken, dass die Schläger, wenn der Killer da ist, sofort auf ihn drauf gehen. Weil das ist die einzige Möglichkeit. Iiii, ich bin Chat, iiii. Wir müssen sofort dem eben die Schaden machen. Ey, aber Has, jetzt bist du doch Killer! Ey, der will gar nicht Killer sein. Ach so. Ja, scheiße. Ich hab keine Ahnung, wie es geht. Chat mutiert. Ach stimmt, du warst noch gar nicht aus, tut mir leid. Entschuldigung. Nee, Pan, finde ich nicht okay von dir. Nee, Pan, das ist wirklich unsozial jetzt. Da trinken wir jetzt mal ein Glas Altöl jetzt. Unsoziales Auffüll. Wir müssen heute sechs Folgen vorproduzieren und ich glaube, es werden sechs Folgen vor dem Spiel tatsächlich. Ja, ist doch scheißegal. Das ist voll geil. Ja, nee, das ist ja positives Spiel. Nein, das ist nie. Hör auf damit, Pan. Oh Gott. He, I will find you. Was hast du ich gesagt? Wir haben hier einen Plan. In der Schule bringt einem niemand bei, wie man Killer wird. Ah ja. Fuel. Ah ja. Oh. Ah, das ist mein Penis da. Tobi. Entschuldigung. Was? Easy? Was? Was? Ich hab keine Roll-Cycle, was? Ich weiß gar nicht. Complete-Match-Challenges. Oh, du bist Killer. Yeah. Oh, ich glaub, Erik ist Killer. Ich glaub, Erik ist Killer, ey. Ich hab keine Ahnung, wie das geht. Okay, Busa kann healen, Tobi kann healen und Pan und... Ich kann hauen. Okay, Pan und Texei, ihr müsst sofort, wenn der Killer kommt, müsst ihr auf ihn drauf und schlagen. Das ist echt wichtig. Ja, ja. So Leute, auf geht's. Wir machen das jetzt. Gemeinsam. Gemeinsam schaffen wir's. Ja. Auf geht's. Ich hab ein bisschen Angst vor Erik, ne? Nö. Erik macht... Der hilft uns jetzt einfach. Oh, ist der cool. Warte, wo geht's... Wo geht's in den Keller eigentlich? Ich hab keine Ahnung. Wo macht wieder, was er will. Warte mal, geht's hier runter in den Keller? Wir müssen hier runter, oder? Vorsicht vor diesen... vor diesen Schächten hier, ne? Aufpassen. Oh. Oh Gott. Okay. Ich glaub, da geht's nach oben, oder? Äh, ja. Ich bin, glaub ich, nicht... Bist du... Bist du... Bist du oben? Hä? Tobi? Ah, hier. Hier. Ah, ah, okay. Kommt durch den... Durch den Schacht, Leute. Geil. Oh, hallo. Okay, Pan kommt auch. Nice. Okay, let's go. Auf geht's. Wie kum? Wie kum? Wie kum? Wie kum? Was denn, Erik? Was willst du machen? Ich hab keine Ahnung. Ja, generell. 12. Ich weiß nicht, wie es geht. Ja, frag einfach, der Curry hat mir ja auch geholfen. Du kriegst halt auch keine Erklärung, ne? Ich glaub, jetzt gerade war ich in der Gegend rum und hab keine Ahnung, was ich machen kann. Zuschlagen, aber wie lege ich Fallen und so, das weiß ich nicht. Ja, dafür musst du unsichtbar werden. Ich weiß nicht, wie das geht. F, F, F. Aber du musst gucken, dass wir nicht in deiner Nähe sind, sonst kannst du nicht unsichtbar werden. Ist hier in der Nähe, Leute. Vorsicht. Oh, ah, fuck. Schon hier raus. Du kriegst halt auch null Erklärung als Killer, das find ich ein bisschen schade, muss ich sagen. Okay, jemand sollte das Fuel nehmen, der nicht schlagen kann. Oh, ja, dann hier. Okay, warte, komm her. Vorsicht, Falle vor uns. Okay, sehr gut. Erik hat eine Falle platziert. Ja, der rennt hier überall rum. Ich seh seine Spuren, ich seh seine Spuren, die Drecksau. Erik, ich rieche dich. Erik? Nein. Also. Oh nein, du bist der Typ mit der Kette. Hä? Wieso? Okay, sorry. Das find ich unverstehend, sowas zu sagen. Ich glaube, er ist der Typ mit der Kette. Ja, glaub ich auch. Okay, hier, hier, hier. Nein, ich bin Johnson. Er ist weg bei uns in der Nähe. Vorsicht. Ja, ja. Er läuft uns genau hinterher, gerade. Er läuft uns hinterher. Erik, auf damit jetzt. Such dir neue Freunde. Vorsicht, das ist getrappt, Vorsicht. Okay. Fuel. Und auf geht's. Das ist ganz schön schwer. Also, um zu spawnen, Erik, darf keiner von uns dich sehen, ne? Oh ja, der Fall platziert, der Arschloch. Arschloch. Mann, Erik, was war das denn jetzt? Was ist hier los? Ah! Oh Gott. Was denn das? Ah. Oh, der Wieser ist runtergefallen. Okay. Pan? Nice. Tobi, Mann. Tobi, Mann. Zack. It's inside now. Come on. Oh, der ist direkt bei uns. Wow. Er ist direkt bei uns. Ich weiß nicht wo. Ah, okay. Ah, alles klar. Erik, lass das. Erik, geh weg, du Arschloch. Ich hoffe, das Spiel zu lernen, bitte. Er ist direkt bei uns. Er ist direkt bei uns. Vorsicht. Warte auf, ich nehm das nicht. Ja, warte. Okay, Pobi nimmt das wieder. Genau, nice. Sehr gut. Ah, okay. Durch Wände kann ich nicht. Ich kann nicht durch die nehmen, ne? Die Schläger sollten das nicht nehmen. Guten Tag, Herr Lehrer. Ja, die Schläger nicht, die Schläger nicht. Oh, lol. Hast du grad die Tür aufgemacht, du Arschloch? Erik? Haha, ich seh doch deine Fußspuren hier. Mit die Halle. Okay. Und auf geht's. Vorsicht, vorsicht nicht auf die Klappe, dann fällt man runter. Nice, 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 nice. Ich schau, wo er läuft, ich schau, wo er läuft. Er läuft, er läuft direkt hinter uns, er läuft direkt hinter uns. Ich muss das echt üben. Ja, natürlich. Und, ab geht's. Jawohl. Oh, wow, der ist da oben. Ah, der ist da oben. Du Arschloch. Der ist ja da hochgekommen. Der kann sich, der kann da hoch springen. Oh, Alter, du Arschloch, geh weg. Hä? Der angelt uns. Hä? Der angelt uns. Okay, Tobi, vorsicht, der kann nicht angeln, ne? Ja. Ich glaub, der Erik will uns angeln, Tobi, vorsicht. Oh Gott. Erik, wo seh ich denn, ob der, ach da, der Tracker, okay, dann ist er wieder aufgeladen. Oh, vorsicht. Ich glaub, du, das ist, glaub ich, zu weit weg. Weiß ich aber nicht genau. Erik, hör bitte auf. Ah, too close. Oh, das ist aber gemein. Erik, hör bitte auf. Hey, schön, dass du mir zugeschaut hast, Bahnen. Ja, hast du gut gemacht, Curry. Bin sehr stolz auf dich. Ach, guck mal, da oben, wer da hinten ist. Ah, der ist da oben bei der Tribüne. Moin. Vorsicht. Na, du alter Buckel-Operner. Oh, das funktioniert aber nicht mit dem, mit dem anderen, ne? Winke, winke. Ein richtiger Buckel-Wahn. Kann wirklich sein, dass du so weit weg bist. Oh, Leute, bitte. Oh, ich noch. Lass ich in die Ruhe. Ist das dein Ernst, Erik? Ach, krass. Okay, ja, der Woos-Up ist natürlich geil. Lass die Bahn in Ruhe. Lass die Bahn in Ruhe. Du Wichser. Wie er immer so. Hi, Bahn. Was geht ab? Hm? Toll. Vorsicht. Ganz vorsichtig. Ganz behutsam. Ganz entspannt. Falls sind wir da. Oh Gott. Hoah. Wo war das? Tschüss. Ich bin runtergefallen. Ah, fuck. Ich bin echt... Ich bin eine Katastrophe als Killer. Ich glaube, das ist echt... Aha, du spielst das gerade das erste Mal. Was ist denn mit dir los? Ja, ich ärger mich, weil ich nicht alles weiß. Curry, wir machen gerade auch, ne? Komm hoch. Ach so. Wie willst du das denn auch alles wissen, Mann? Du bist doch keine fünf Jahre alt im Seitenkommentar. Nein! Du bist drüber gekommen. Ah! Hey, wo ist er? Ah! Nein! Erik! Du Arschloch! Oh mein Gott, er killt mich in der dunklen Ecke! Er killt mich in der dunklen Ecke! Nein, ich will nicht küssen! Nein, Erik! Ah! Boah! Boah, Alter! Alter, der hat drei gekillt! Der hat über drei gekillt! Was war das mit dem Jungen? Alter, was ist mit dem... Was ist denn mit dem Wutz da? Der ist schlimmer als ich! Der ist der Kinder! Der Wutzer hat eine Bombe geworfen und hat drei gekillt! Oh! Wow! Mein Typ ist einfach mit der Wand verschmolzen! Alter! Der Wutzer ist der Killer! Ich bin's gar nicht! Erik, komm schnell! Entkomm mit uns! Ja, warte, ich lauf schon! Ich glaube, ich hab Fallschaden gekriegt. Kriegt man den Fallschaden? Ja! Oh nein, ich hab nur noch 14 Sekunden! Ach so, ich komm ja gar nicht raus! Alles klar, ich bin tot! Tschau! Tschüss! Erik, du hast mich auf dem Gewissen, du Arsch! Ja, immerhin hab ich einen mitgenommen! Zwei! Du hast zwei mitgenommen! Du hast zwei mitgenommen! Aber ich glaube, ich hab Fallschaden wirklich! Das ist der EU-West, Alter! Ah, dieser Crap war eklig, Alter! Der war richtig eklig, ey! Alter Schwede! Man muss aber echt erstmal lernen, wie man mit dem Kinder umgeht! Ja, auf jeden Fall! Aber Spaß macht's schon! Spaß macht schon! Vielleicht auch in der nächsten Folge! Ich glaub schon! Ach krass! Ich glaub schon! Ich glaub schon! Geil, Alter! Curry und Pan mitgenommen! Total Failure! Total Failure! Siehste das, Erik? So! War einfach... Na ja, gut, klar! Kräutertube! Kräutertube! Arsch zeigen! Oh nein! Nein! Und dann bis zur nächsten Folge! Ja, vielen Dank fürs Zuschauen! Und bis zur nächsten Folge! Dankeschön! Geiles Spiel, Alter! Geil, dass das nur auf Discord gibt! Cool! Richtig geiler Move! Bernie, kommst du mal kurz? Nein! 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 Herrscht der Geburtenvideo! Was? Was? Geburtenvideo? Was? Versteh ich nicht! Der blaue Kopf! Alter! Kräutertube! Tschüss! Bis zur nächsten Folge! Tschau! Tschüss!